die vier stunden geblendet kommt schon 15 bei der Arbeit bei der Arbeit wir müssen abzündet doch was soll er jetzt war er heute auch heute arbeiten und das war okay jetzt wollen wir einen neuen letzten tag jetzt kann ich wieder raus nach hause noch 4000 Blöcke immerhin für eine Nacht eine Schallplatz und 15 Slime-Boys gefunden also gefunden gefunden davon ja immer diese Schleichwerbung da meinst du wohl Schleimwerbung nein meine ich nicht ich habe einen Krampf in der Hand was in der Hand ja mit kleinen Fingern ach so hier sind so viele Pferde so ein schwarzes Pferd hätte ich gerne aber ich habe keinen Sattel ein schwarzes Pferd wäre jetzt richtig cool wir haben nur diese scheiß braunen schwarzen Pferden ein bisschen kacke also ich sehe nicht so viel aus ich finde so ein richtig reinrassig schwarzes Pferd ist viel besser als so ein braunes mit so komisch schwarzen Flecken das sieht doch nicht so geil aus Alter fängt an zu lecken die braunen so allein ja und schwarzen allein ja sind auch die mit den weißen Flecken nicht so schön aber ich habe keinen Sattel oder seid ihr andere Meinung ich finde du bist alles ziemlich ein Rassist ich mag es ja nicht denn ich mag es ja nicht denn ich mag es ja nicht denn fast noch nicht noch nicht weißt du was seid ihr für umweggegangen ich hoffe ihr seid umweggegangen weil sonst ne heißt das wäre das ich ja die ganze Zeit da ich im Sumpf war noch lange gehen muss das musst du wir waren im ja ich war auch wir waren fast im selben Sumpf ja aber kann vielleicht war irgendwie komisch abgebogen also ich bin zu hause ich bin jetzt hier an dem Gemeinschaftsturm das ist immer noch die große Bibliothek bitte noch die große Bibliothek also es wäre ja nur cool wenn es mal nicht so hart lecken würde warum leckt das bei dir so keine ahnung ich denke mal das liegt vielleicht an der Spieleanfernung äh Welterkundung und so mein server lag oder liant lag ich kann es nicht ganz deuten weil das kommt also bei euch leckt es nicht oder wie gerade momentan nicht also jetzt FPS lag oder Server lag ah dann sind es FPS dann ist es bei mir der FPS ist immer bei dir vielleicht reicht es auch wenn ich auf Athenia mache nimmst du eigentlich immer noch auf? ja also juck juck ja das ist besser ja das ist noch ein Sumpf für ja das ist noch ein Sumpf für nein Chris wahrscheinlich auch mit dem ich gerade war also übrigens äh ich hab das ich hab mir vorher noch ein Boot gemacht das steht jetzt hier wieder am Dock das heißt äh Christian wenn dein Boot kaputt gehen sollte oder so kein Problem weil deins ja nur geliehen war bei allem nur geliehen ne ne Stefan hat ja sein eingestellt ja also das Geliehen hier ist quasi schon wieder da ja kein nein mit zwei ich hab selber auch noch irgendwo ein Boot liegen ich weiß noch nie mehr wo mit irgendeiner Kiste juhu 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 du brauchst äh Holz ja warum kann ich nur so wenig machen als ob also ich glaube du musst eine Kiste machen und da drin legst du dann einen äh ein Diamant war noch richtig Diamant oder? ja juhu 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 Okay, ich bin auch fast wieder zu hause Ich bin noch 2500 meter vom bahnhof entfernt von deiner villa 2300 großen Nein, kannst du es sehen Ah, jetzt höre ich Musik Ja, es ist ein bisschen sehr laut Ja, das ist viel zu laut Ich bin noch 2000 Meter ins Herz von euch Ich hätte auch das Herz von gerade eben einfach nicht mitnehmen können Also wenn ich den Satz gehabt hätte Es ist so viel mehr, wie der hier dazwischen ist Ja eben Ich hätte noch Jahre gebraucht, da draußen rumzulaufen oder so Wurde es noch schlimmer, die ganzen Blöcke zu legen So, bin wieder zu hause So auch Ich bin noch ein bisschen Sachen für Alchemie holen können Ja Und so Und viel Klauston Ja, Schaltung Klauston und Spokloren Klauston brauchen wir für die U-Bahn Nimm da einfach Kürbisse und pack da rein in eine Fackel Ja, sieht aber eventuell nicht immer gerade geil aus Achso, ich dachte, ich habe hier gerade eine Wiesenstadt gefunden, aber es ist einfach Wiesenstadt Nr. 2 Also, ich habe sie Nr. 2 genannt Wo ich letztens mal war Mit Mario und mich Hey, noch 2300 Blöcke Noch ein Klacks Hey, das kann man ja genau und alles durchrudern Stimmt ja Gleich mal laufen Zeit, ich bin in wenigen Minuten da Glaube ich erst wenn du da bist Glaube ich erst wenn du da bist Ich glaube, du bist in wenigen Minuten da Ich glaube, du bist in wenigen Minuten da Ich glaube, du bist in wenigen Minuten da So, was mache ich jetzt mit meinen ganzen Büchern ist die Frage Handeln oder wie viel Beschaffst du eigentlich? Team Stacks Team Stacks? Ja Ja Alter Ich habe nur 31 Bücher Okay Willst du ein paar haben? Hättet ihr schon? Nee, nee, nicht stimmt Ich habe 95 Bücher Also ich habe anderthalb Stacks Einerthalb, das ist ja auch Ja, ist ja eine ganz andere Sache Was ist wichtig? Ich habe ja eine Diamant-Hacke Ja Ja Ach, das ist schon krass Aber gibt es dafür eigentlich nicht ein Volk, wie man die eine sich herstellt Was? Genau, verbrauch einen Diamant-Tack und denk dann über dein Leben nach Meine größte Leidenschaft Okay Ja Ich muss jetzt nur noch die Diamant-Tack nutzen Du musst nur 1562 Felder machen Du hast gerade einen Diamant-Tack in der Hand oder? Nein Boah, woher weißt du das? Das weiß man halt Alter, was hast du für ein Leben? Was ist das aus, wenn ich weiß? Stimmt nicht jetzt hier Merkt er sich das? Ja, muss man wissen Ja, klar Falls, falls mal was abgefragt wird Was du hält, ein Typ, der eine Waffe nennt So, wie viele? Wie viele? Wie oft kann man eine Diamant-Hacke im Mindbuff benutzen? Und dann sag ich 1562 Mal Ja, so tschüss, Junge Da gibt ein Verbrecher mir sein ganzes Geld Also erstauntes von meinen Fähigkeiten Ich Da muss man dann überlegen, Chris Was ist, wenn diese Frage der Prüfung vorkommt? Ich hab's jetzt schon wieder vergessen 1562 Mal Ey, wenn ich, wenn ich J drücke Also, ich bin Wenn ich J drücke, bin ich immer noch bei der Wutnet-Mension Du musst deine Karte bewegen Warum machst du das nicht automatisch? Keine Ahnung Ah, da links hast du einen Knopf Da ist Follow Ah Okay Wenn du noch 350 Blöcke von der Bibliothek gefällt Aber da fand's nicht Bei 100 Bei 100 Ich danke dir für die Schallplatte Nur du kannst sie gerne für deine Sammlung haben Wieso? Sie ist, äh, ja Habt ihr die schon? Der hat sie schon? Das waren zwei Schallplatten Das ist doch die C418-13, ne? Hab ich grad ne Jukebox unten? Kann ich grad nicht sagen Klick nochmal drauf Ja, ich bin nicht unten gerade Ja, geh nach unten hin! Ja Aber warum willst du nicht haben? Weil dem mir nicht gefällt Das ist keine Musik Ja, ich sag genau Danke, mich trotzdem nur Ich dachte, dass sie mich für sie Wusste nicht, dass sie gedoppelt hat Das ist sie auch nicht gegeben Ja, weil dann würde ich glaube, dass es ist doch eine gelbe gewesen Ja, eine gelb-weiße Ja Beides wäre beides dasselbe gewesen Boah Oh Gott, gibt es bei dieser Mod viele Optionen Bei welcher Mod? Bei der Karten-Mod Oh ja Alter, was zur Hölle Ich pack jetzt auf meinen Bogen noch Schlag 1 drauf, ey Schlag 5 Schlag 1, Halbbarkeit 3, Flamme und und endlich Bumm Aber kann man irgendwas auf seine Diamond Town noch packen? Verzaubern Waren warum ist keine Verzauberung für die Diamanten? Kacke Nein, dass die Felder, wenn du einmal steckst sind alle Felder, alle anderen sind auch noch bestellt Seht auch aus Oder nicht Hallo? Hallo? Wie verzweifelt der einfach ist Alles für geil Okay Ich werde das vielleicht immer noch mal benutzen, das Tod mit der Umsterblichkeit Aber das lass ich jetzt erstmal irgendeiner Kiste liegen gehen Weil Weil Das ist halt echt etwas nervig Dass man das immer in der Hand halten muss, ne? Ja So ein Inventar, okay, dann würde ich auch überlegen, so einen Inventarplatz zu opfern dafür, aber Ach so Oh, ne Bitch So was sinnvolles Droppen hier Kein Zucker, kein Glas Was droppst die Schwarzpölber Geil Hey, ich kann ja sein Hey, ich kann ja sein Ach so, ja Ach so, ja Schwarzpölber Strich 13 Alter In meinem Stall sterben ab und zu mal jede Schafe Also Nicht wenige, sondern viele Okay Kannst du das wenn Also wenn Da Eine Wand halt aus Erde besteht, dass ich da dazu drückt in der Erde Stefan Weiß ich nicht Gib mir schon mal solche Bugs Ja, weil ich hatte Du hattest irgendwie vier rote Schafe oder so, ne? Wie viele rote Schafe hattest du? Ach so Ja, jetzt habe ich noch eins hier drin im Stall Okay Ich frage mich, was die ganze Schafe da machen, weil gerade eben auch hier ein rote Schaf noch da Weil das kannst du nicht sagen, dass ich die alle umbringen So ein Fight Club Auch die Kühe bringen sich gegenseitig um Was ist denn los? Wie schafft die sich denn selbst um zu bringen? Weil sie drücken sich so hart die Ecke, dass sie dann sterben? Das hat doch keinen Sinn Okay, ich mach jetzt erstmal den ganzen Zaun da auf Vielleicht bringt das was Vielleicht ganz um Säune Hallo Stefan Hallo Stefan Hallo Hallo Äh Stefan, magst du mir vielleicht hier kurz hinterher helfen? Wobei? Ähm... Die Verbindung zwischen Tunnel und Gleisen Also Bahnhof Also Erde klopfen Okay Also wo ist genau? Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's am Topp Ich pisse auf die Gegner Mario kannst du dich mal bitte da runter nehmen? Mario sag einfach ja oder nein Äh, ja Ach so, darfst du ruhen doch So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt Ja, jetzt haben es verboten am Start Zauern Die Achterwanne geht so ab Die Stänze mit der Gänse DEM 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 Oh my god Oh my god DEM 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 D